Ihr hört das Community-Radio von Expedition Arbeit, dem Netzwerk zur Gestaltung der Arbeitswelt. Jeden Montag erscheint dieser Podcast und präsentiert Nachrichten und Meinungen aus der Welt der Arbeit und Zusammenarbeit. Mehr Informationen findet ihr unter expedition-arbeit.de und bei LinkedIn. Und jetzt am Mikrofon Florian Städtler. Guten Morgen, Abend, Mittag oder auch gute Nacht, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute melde ich mich, wie ihr hört, unplugged und ganz fokussiert auf zwei erfreuliche Meldungen, die wir beide unserem Fördermitglied Ralf Hase aus MCPOM bzw. Berlin zu verdanken haben. Am kommenden Mittwoch, den 24. Mai 2023, wird Ralf euch und einen interessanten Gast in unserem immer mittwochs geöffneten Diskussions- und Austauschraum begrüßen. Carsten Schermuli, omnipräsenter Forscher und meinungsstarker New Work Kommentator. Mit ihm spricht Ralf und sprechen die Teilnehmenden dieser Online-Runde über Carstens Bücher New Work Utopia und New Work Dystopia und sicher auch die ein oder andere allgemeine Frage rund um das Buzzword New Work. Zur Anregung und ersten Einordnung hört ihr jetzt den Klappen-slash-Werbetext zum Utopie- und zum Dystopie-Buch. New Work Utopia – New Work im Alltag einer fiktiven Organisation New Work Utopia – Lernen Sie in diesem Buch die faszinierende Arbeitswelt des fiktiven Unternehmens Sterkande kennen. Erfahren Sie, wie in New Work gelebt wird, vor welchen Herausforderungen die Mitarbeitenden stehen und wie Sie sie lösen. Die SterkanderInnen nutzen bekannte, aber auch neue New Work-Praktiken in Ihrem Unternehmen. Einzelne Maßnahmen werden nicht isoliert betrachtet, sondern in ihrem gemeinsamen Einsatz und der Wechselwirkung miteinander. Die MitarbeiterInnen sind VorreiterInnen beim Thema Empowerment. Sie haben die Digitalisierung von HR-Prozessen und die Zusammenarbeit mit einer künstlichen Intelligenz perfektioniert. Sterkande ist eine faszinierende Vision für eine moderne Organisation mit über 1000 Mitarbeitern. Aber auch ein praxisnahes Best-of der New Work-Organisationsentwicklung. Inhalte Gutes Leben statt guter Arbeit Sinnhafte Aufteilung von Arbeitszeit Arbeiten in Organisationseinheiten mit maximal 150 KollegInnen Konsequente digitale Arbeitsorganisationen zum Beispiel mit der Role Map und einer KI Wachsen in Positionen Leadership on Demand New Pay Bezahlung auf Augenhöhe Arbeiten in einer holokratischen Hierarchie Geregelte Freiheit Homeoffice Plus Räumliche Gestaltung guter Gastgeber für Mitarbeitende sein und Teammeetings mit Sinn Und dann das zweite Buch New Work Dystopia Die Gegenseite zu New Work Utopia Spätestens seit 2020 hat die Popularität des Begriffs New Work sprunghaft zugenommen, wird aber auch zunehmend Veränderungen jeglicher Art in der Arbeitswelt missbraucht. Carsten Schermudis Buch greift dieses Scheitern von New Work in Form einer Dystopie auf und gibt ihm ein Gesicht. Dazu stellt er das fiktive Unternehmen Kaltenburg als bösen Bruder von Stärkande aus New Work Utopia vor. Hier beschreibt er, wie der Begriff New Work trivialisiert und instrumentalisiert wird, einzig um das Unternehmen profitabler zu machen. Kaltenburg zeigt, wie man die Ideen von New Work verraten und seine Mitarbeitenden damit quälen kann. Carsten Schermudis lässt sie jedoch mit diesen Aussichten nicht allein und schlägt ihnen inspirierende Maßnahmen vor, damit die Wende zum Positiven wieder gelingt. Ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Inhalte Eine kleine Geschichte des Unternehmens Kaltenburg Die wichtigsten Axiome der Kaltenburger Kontrolle statt Vertrauen Die DEAD-Werte oder die Organisation als Maschine New Work ist das, was gerade passt. Instrumentalisierung von Vertrauensarbeitszeit, offenen Büroflächen, Homeoffice, Agilität oder KI Was Unternehmen tun können, um beim Thema New Work weniger zu scheitern. New Work aus der Zukunft denken, anständiger Umgang mit Führungskräften oder Diagnostik und Dialog. Soweit der Hinweis auf die Veranstaltung und die Bücher von Carsten Schermudis. Auch die zweite und letzte Meldung dieser kurzen Episode verdanken wir Ralf Hase. Im Team mit unseren Mitgliedern Nadine Kretschmer und Verena Gibson organisiert er das erste Expedition Arbeit Basecamp in Berlin. Und zwar in einem Termin, den man sich gut merken kann, am 9.9. dieses Jahres. Mit einem Rahmenprogramm, das die Reise in die Hauptstadt noch attraktiver erscheinen lässt. Tickets gibt es bereits jetzt über Eventbrite, hier der Text zur Veranstaltung. Am 9. September findet das erste Hauptstadt Basecamp von Expedition Arbeit in den Räumen der WBS-Gruppe am Tempelhofer Hafen statt. Vielen Dank an Nadine von WBS dafür. Es erwartet dich ein tolles Programm, das bereits am Vorabend beginnt, neben dem Barcamp am Samstag, auch einen organisierten gemeinsamen Abend sowie eine Insider-Sightseeing-Stadtwanderung am Sonntag beinhaltet. Lasst euch überraschen. Wir werden das Programm weiter ausarbeiten und euch auf dem Laufenden halten. Im Preis inbegriffen sind das Basecamp selbst am Samstag mit allen Snacks, unter anderem orientalische Metze, wie Ralf schon vorschwärmte, und Getränke. Vorabendprogramm, Abendveranstaltung und Sonntagsaktivität sind dann auf Selbstzahlerbasis. Wenn euch Themen wie die folgenden interessieren und noch mehr Sinn und Unsinn von New Work und Agile & Co., dann seid ihr beim Basecamp von Expedition Arbeit genau richtig. Die Themen einzeln lasse ich mal hier weg, die seht ihr auf der Eventbrite-Seite. Findet ihr einfach, wenn ihr Basecamp Berlin googelt. Und so schließt der Artikel auf der Eventbrite-Seite. Wahrscheinlich habt ihr noch viel mehr spannende Fragen und Themen. Wir freuen uns drauf, diese in dem Setting einer Unkonferenz mit euch zu diskutieren. Ja, und ich freue mich abschließend auf den kommenden Mittwoch, 18 Uhr, via Zoom mit Carsten Schermulli und auf das erste Hauptstadt Basecamp, bei dem ich hoffentlich ganz viele von euch vor Ort treffen werde. Für diese Woche wünsche ich euch alles Gute, viel erfüllende Arbeit und hört bald wieder mal rein. Läuft alles nach Plan, gibt es Ende der Woche die nächste Sendung Nummer 193 zu hören, und zwar mit der Pionierin des hybriden Arbeitens, Teresa Hertwig, live in der Wii-Session. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Städtler. Bleibt ruhig, bleibt laut, wo nötig und bleibt dran.